Ich habe mir neulich die Frage gestellt, können blinde Menschen rassistisch sein? Wie kommst du eigentlich immer auf so einen Mist? Naja, mal angenommen der schwarze Jerome hilft ihrem blinden Nazi-Peter über die Straße. Woher soll der wissen, dass er schwarz ist, wenn er perfektes Hochdeutsch spricht? Das heißt maximal pigmentiert und nicht schwarz. Jetzt schalte endlich das Schwarzlicht ein. Ich will wissen, wie das Neon-Poster aussieht. Meinst du Schwarzlicht oder maximal pigmentiert Licht? Nicht witzig. Na gut, ich mache ja schon. Du bist krank. Okay, das ist nun irgendwie unangenehm. Deswegen hattest du in letzter Zeit keine Zeit mehr. Hm, das erklärt, warum es seit einiger Zeit immer so modrig hier drin riecht. Ah, nee, ich bin raus. Du bist einfach nur krank. Als ob hier drin ein Spermalabor explodiert wäre. Nur, weil ich andere Hobbys habe wie du. Ja, ich bin raus. тол, Du hab Henry. Du mich rein. Schw hiss. Du? Komm Episode? Doth? Du profit. Bis zum nächsten Mal.